Also ich muss noch um Entschuldigung bitten, ich habe nicht gewusst, dass mein Widersacher der Pliegeristen und Klimaanlagen sollen auch die Sommergrippe verursachen, nur sind sie umweltschonend, außer dass sie eingebaut sind und den ganzen Tag laufen. Zigaretten sollen ja auch umweltschonend sein, nur darf man dafür nicht werden. Und wenn man schläft, sind sie hoffentlich abgedämpft.